So, das hier geht raus an alle cd-keys.at Kunden und die, die es noch werden wollen. Ihr könnt natürlich im Shop alle Kategorien durchsuchen und jedes Spiel angucken, aber ihr könntet natürlich auch mich auf Google Plus hinzufügen und jedes Spiel, was ich in meinen Shop rein stelle, kommt dann hier so bei Google Plus vorne rauf. Also seht ihr immer die neuesten Schnäppchen und die neuesten Preise, alles super und ganz toll und einfach hinzufügen und dann habt ihr hier den totalen Überblick, welche Spiele ich gerade rein stelle oder welche noch kommen und so. Euer GameMogul. Bis dann. Ciao, ciao.